Bereits am Vorabend der weltweit führenden Kunststoffmesse K in Düsseldorf setzte der Verein Kunststoffland NRW ein deutliches Zeichen. Der Einladung folgten rund 300 hochrangige Vertreter aus Kunststoffbranche, Politik, Wissenschaft und Medien. An diesem Abend waren sie alle gekommen, um den mit Spannung erwarteten Auftakt der K zu begehen. Und das in einer Zeit, in der Kunststoffe in der Kritik und die Branche unter wirtschaftlichen Druck stehen. Diese Veranstaltung findet am Vorabend der K statt. Und dieses Datum ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst in Kooperation mit der Messe Düsseldorf. Als Vorsitzender des Vereins Kunststoffland NRW darf ich Sie heute zu unserer ersten Veranstaltung anlässlich der K 2019 sehr herzlich begrüßen. Wir haben diesen Zeitpunkt gewählt, weil wir gerade die K nutzen wollten, um nicht nur auf Innovationen hinzuweisen, sondern auch auf die Lösungsangebote, die die Branche macht. Dass die Aussteller der K in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen nach Düsseldorf reisten, machte der Präsident des Ausstellerbeirates Ulrich Reifenhäuser an diesem Abend deutlich. Circular Economy zu erreichen, ist ein ganz dickes Brett. Da müssen wirklich ganz, ganz viele und nein, alle Player müssen mitspielen. Das Image der Bevölkerung ist leider nicht so positiv zur Zeit. Und das heißt eben kämpfen, informieren und aber auch Taten vollbringen. Unter den hochrangigen Vortragsrednern war auch die Vertreterin der EU-Kommission, Dr. Joanna Drake. Aber auch Redner aus der Wirtschaft machten an diesem Abend deutlich, dass die Kunststoffbranche sich offenbar an einem Scheitelpunkt hin zur Kreislaufwirtschaft befindet. Vor allem der live in den Saal geschaltete Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sorgte für Gesprächs- und Diskussionsstoff. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es zu tun mit einer tiefgreifenden ökologischen Transformation. Denn wir werden Wohlstand für sieben Milliarden Menschen in einigen Jahrzehnten doch nur dann schaffen können, wenn wir damit nicht die ökologische Grundlage unseres Planeten zerstören. Er belies es an diesem Abend nicht bei Appellen und Visionen, sondern lud die Branche zu konkreten Gesprächen zur Kreislaufwirtschaft nach Berlin ein. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen und lassen Sie das gemeinsam meistern. Besser hätte dieser VIP-Abend des Kunststoffland NRW nicht verlaufen können. Ich fand den Ausspruch vom Bundesminister Altmaier ganz spannend eigentlich, dass wir so wie in den 50er Jahren irgendwo die Kombination von sozialer Marktwirtschaft zu finden, weil wir jetzt eben die Kombination aus Ökologie und Ökonomie finden müssen. Und ich glaube, was heute auch klar geworden ist, da hat keiner noch so die richtigen Antworten drauf. Die Botschaften waren sehr, sehr deckungsgleich und ich glaube, wir als Gesamtindustrie nehmen das an. Wir haben Herausforderungen. Ich habe sie auch in meiner Rede gesagt. Wir nehmen die an, wir ignorieren die nicht und wir nutzen die als Chance.